Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe momentan leider keine Zeit, ein Video aufzunehmen, deshalb heute ein Podcast mit einem Impuls. Und zwar ist mir ein Text in die Hände gefallen vor längerer Zeit über Ida Friederike Görres. Nicht über, sondern von Ida Friederike Görres. Es handelt sich dabei um eine Schriftstellerin, eine kluge Denkerin, die zu katholischen Themen wirklich wertvolle Impulse hinterlassen hat. Sie nahm unter anderem an der Würzburger Synode teil, starb allerdings vorzeitig an einer Hirnblutung. Bei ihrer Beerdigung hielt Josef Ratzinger eine Gedenkrede. Sie schrieb unter anderem über den Zölibat, über die Ehe, über die Heiligen und nahm zu Kirchenaktuellen Themen immer wieder auch Stellung, also Bezugsstellung. Sie hatte ein Standing und dementsprechend konnte sie auch einiges sagen und gute Einschätzungen liefern. Wir sprechen hier über eine Frau im 20. Jahrhundert und was ich Ihnen heute vorlesen möchte, ist die Frage nach der Weihe von Frauen zu Priesterinnen. Das war ja in gewisser Weise auch ein Thema bei der Würzburger Synode und dementsprechend ist das ein sehr interessanter Text, der wiederum sehr aktuell ist. Hören Sie sich einfach an, was Ida Friederike Görres damals schon gesagt hat und wie aktuell dieser Text auch heute passt. Man könnte ihn nehmen, hernehmen als Appell an Bewegungen wie Maria 2.0 etc. Lauschen wir ihren Worten. In den 20er Jahren hörte ich zum ersten Mal, dass Frauen, deutsche Akademikerinnen, sich mit einem Gesuch um die Zulassung von Frauen zur Priesterweihe an Rom gewandt hätten. Damals wirkte das Gerücht als Kuriosum, fast als Witz. Heute soll die Frage in einigen Kreisen ernsthaft diskutiert werden, sie wurde sogar dem Konzil vorgelegt. Diese Entwicklung ist an sich nicht verwunderlich. Nicht nur weil im Konzilsklima vielen alles, auch das Ausgefallenste möglich geworden scheint, die Emanzipation der Frauen aus dem Alleinanspruch des Hauses, ihr Durchbruch in den männlichen Berufsraum ist bereits 100 Jahre alt. Was einige Jahrzehnte lang nur auf der Anstrengung einiger, zahlenmäßig geringer, doch mit ungeheurer Treibkraft ausgestatteter Frauengruppen beruhte, wurde unerwartet und mit ungeahntem Erfolg durch die beiden Weltkriege zu einer Flutwelle, die das Angesicht der ganzen Erde verwandelt hat und noch nicht still steht. Der totale Krieg hat mit sprengender Gewalt die noch bestehenden Berufsschranken zwischen Männern und Frauen niedergelegt und weggefegt. Der universelle Einsatz von Frauen aller Nationen, Stände und Klassen anstelle der kämpfenden oder gefangenen Männer, teils freiwillig, teils unfreiwillig, lieferte den unwidersprechlichen Beweis, dass sie noch zu viel mehr männlichen oder für männlich gehaltenen Leistungen imstande sind, als die kühnsten Vorkämpferinnen und Theoretikerinnen sich vorher träumen ließen. Die totalitären Systeme der Nachkriegswelt machten sich dieser Erfahrung zunutze und behielten aus politischen wie wirtschaftlichen Gründen das weibliche Arbeitspotenzial ihrer Völker mobilisiert, während die freie Welt aus privaten und gesellschaftlichen Motiven einen ähnlichen Zustand förderten und zur Selbstverständlichkeit festigten. Heute können, dürfen oder müssen Frauen jeden Beruf ausüben, zu dem sie die körperliche und geistige Befähigung nachweisen können. Einer anderen Legitimation bedarf es nicht mehr. Ob Schwerarbeit in Lagern und Bergwerken, Land- oder Industriearbeit, ob Wissenschaftlerin jeder Sparte, ob Taxichauffeurin oder Berufssportlerin, Chirurgin, Ingenieurin oder Atomphysikerin. In manchen Ländern als Ministerin, Botschafterin, Pilotin und Astronautin, sogar als Soldat und Offizier, als evangelische Pfarrerin, das Mädchen hat grundsätzlich so freie Wahl wie der Mann oder kann zu allem verpflichtet werden. Nur das katholische Priestertum ragt als einsame und einzige Burg eines männlichen Berufsprivilegs, letztes Symbol einstiger männlicher Vorherrschaft. Wie begreiflich, dass es den Verfechterinnen der totalen Gleichberechtigung ein Dorn im Auge sein muss, ja ein rotes Tuch, eine wahrhaft unerträgliche Herausforderung. Und so wird denn auch diese Bastion mit Leidenschaft berannt, mit dem Ton der sittlichen Entrüstung und des lodernden Gerechtigkeitswillens, der sich durch keine Ausreden mehr abspeisen lässt. Diese Ungerechtigkeit ist nicht länger zu dulden. Auf zum Endspurt gegen Vorurteile und Entrechtung der Frau. Wer eine Ahnung hat von der rasanten Durchschlagskraft weiblichen Geltungstriebs, wird darüber nicht sehr staunen. Merkwürdiger, befremdend jedoch erscheint uns das Verhalten von Theologen, soweit es zur Kenntnis der Öffentlichkeit gelangt. Statt das klaren und scharfen Nein, das zu erwarten wäre, findet man ein, mehr oder weniger verlegenes Schweigen. Da und dort auch ein schwankendes Entgegenkommen, ja schüchternes Sympathisieren. Dies mag freilich auf der alterprobten männlichen Taktik beruhen, bei steigender weiblicher Lautstärke sich still zu verdrücken, um im Windschutz abzuwarten, bis die Erregung wieder abflaut. Doch könnte auch ein anderes Element mitspielen. Es gibt im Kraftnetz der Gegenwart zwei wenig beachtete, doch täglich wachsende Mächte von stiller, doch ungeheurer Wirkung. Ein amerikanischer Soziologe nannte die Weltmacht des Neides. Ihr entspricht die Weltmacht des schlechten Gewissens, die ihm antwortet. Das schlechte Gewissen nämlich all derer, die noch irgendwie an einem Privileg teilhaben, freiwillig oder unfreiwillig. Wer noch irgendeine Form von Hoheit oder Überlegenheit zu verwalten hat, sei es an Besitz, Rang, Stellung, Bildung, Autorität, tut es meist mit Unbehagen und Verlegenheit, fast Scham. Eltern vor ihren Kindern, weiße den Farbigen, Aristokraten der Unterschicht gegenüber. Auch der Mann vor der Frau. Einst gebrauchte und genoss der Privilegierte sein Vorrecht unbedenklich und unbekümmert, fast unbewusst, missbrauchte es oft gründlich. Als sich Widerspruch und fremder Anspruch darauf erhob, pochte der Besitzer auf sein Recht, blähte sich auch wohl auf, verklausulierte, bewies und verteidigte es. Heute schämt er sich, bezweifelt es im Herzen selbst und neigt dazu, den Angreifer und Ankläger durch äußerstes Entgegenkommen, durch Komplimente, Selbstbeschuldigung und Nachgiebigkeit zu beschwichtigen. Dies gilt auch hier. Diese Haltung finden wir bald allgemein bei Priestern, Laien gegenüber und natürlich verstärkte sich, wo Frauen als Laien und als Frauen sich als Entrechtigte und Unterdrückte um ihr gutes Recht um seine Wiedererstattung kämpfende Gebärden. Dazu kommt freilich noch die täglich wachsende populäre Vorstellung, das Alter einer Institution sei schon an sich ein Einwand gegen sie, wie und weil bisher die Langlebigkeit als Vorzug gegolten hat. Heute zählt es bereits zu den unbewussten, darum besonders mächtigen Voraussetzungen, dass alte Einrichtungen nur negativ begründet sein können, in Unwissenheit, Vorurteil, Machtkampf, Unterdrückungswillen und ähnlichen Ursachen. Mit vernünftigen und wertvollen Gründen rechnet man von vornherein nicht mehr. Dies erschwert jedem, der für Tradition irgendwelcher Art eintritt, das Gespräch. Denn wie einst der Neuerer befindet sich nun der Verteidiger eines Überlieferten von vornherein im Unrecht und auf der Anklagebank. Doch die Frage nach den Priesterinnen reicht tiefer als der alte Kampf um Frauenrechte und der neue Krieg zwischen Progressisten und Konservativen in der Kirche. In der Gefolgschaft jener, denen es wesentlich um weibliche Positionen zu tun ist, befindet sich jedoch wahrscheinlich noch eine größere Anzahl von Frauen, die nicht für sich, sondern für die Kirche einen Vorteil und Gewinn von ihrer Weihe zu Priesterinnen erwarten. Sie kennen die große Sorge der Kirche um den priesterlichen Nachwuchs. Sie brennen vor Eifer, sich ganz zur Verfügung zu stellen und bei Betrachtung der priesterlichen Funktionen erscheint es ihnen ganz unbegreiflich, dass und wieso sie eigentlich dazu nicht geeignet sein sollten. Denn praktisch hat die Frau ja schon längst in jeder dieser Tätigkeit ihren Mann gestellt. Dies lässt sich bis ins Einzelne beweisen. Die Verkündigung als Unterricht, Theologie und Predigt ist längst kein männliches Prärogativ mehr. Die konservativsten Kreise erkennen den Beruf der Lehrerin als typisch weiblichen an, und zwar auf allen Sprossen der Wissensleiter vom Kindergarten bis zum Katheder. Jährlich wächst die Zahl der Theologiestudentinnen und der theologische Doktor Hut ist nicht schwerer erreichbar als der anderer Fakultäten. Frauen haben sich in allen Sparten als Vortragsrednerinnen bewährt. Warum sollte die Kanzel da eine Ausnahme bilden? Kraft des allgemeinen Priestertums ist die Frau seit jeher zur Spendung der Taufe in Notfällen ermächtigt. Als Hebamme und Krankenschwester übt sie das tatsächlich öfter aus als Nicht-Geweihte. Geständnisse und Bekenntnisse intimster Art nehmen Frauen als Privatpersonen ungezählt entgegen. Warum also nicht auch die offizielle Beichte? Weibliche Geschwätzigkeit ins Feld zu führen wäre lächerlich, nachdem die Frau ihre Verschwiegenheit im Arztgeheimnis wie auch im politischen Geheimdienst längst rühmlich bewiesen hat. Assistenz bei der Trauung, betonen die Theologen nachdrücklich, sei so wenig eine Sakramentspendung wie die Assistenz bei einem Begräbnis. Warum sollte eine Frau beides nicht verrichten? Sogar ohne Weihe. Das allgemeine Priestertum befähigt die Frau so gut wie den Mann zum Mitopfer, also mit Vollzug der Eucharistie. Warum nicht den einen Schritt weitergehen und ihr auch die Vollmacht zur Konsekration gewähren? Und was Firmung und Priesterweihe angeht, nach theologischer Lehre ist der Ordo nur einer, bloß in der Jurisdiktion gestaffelt. Und wenn einmal gegen das Recht der Frau auf die Würde der Priesterin kein triftiger Einwand mehr erhoben werden kann, führt ihr Weg dann nicht logisch auch bis zur Bischofsweihe? Der Priester vertritt und verwaltet die Kirche. Frauen sind heute im Vollbesitz juristischer und volkswirtschaftlicher Kenntnisse. Frauen bewähren sich auf der ganzen Welt selbstständig und führend so gut wie ausführend und eingeordnet in Organisationen und Körperschaften aller Art. Was wäre gerade das kirchliche Verbandswesen, was die Caritas ohne sie? Frauen sind Beamtinnen, Abgeordnete, Konsulinnen, Botschafterinnen, von Äbtissinnen und Generaloberinnen gar nicht zu reden. Wenn sie von der Dorfgemeinde bis zur Großmacht ihre Mitbürger vertreten dürfen, warum nicht auch das Gottesvolk, die Kirche? Ja, man könnte sogar behaupten, dass Frauen zu manchen dieser Aufgaben Kraft ihrer weiblichen Ausstattung sogar besser befähigt wären als mancher Mann. Die stärkere Einfühlung ins Einzelne und Persönliche, die stärkere Kontaktbereitschaft, der Sinn für das Schöne und Würdige, für das Detail, der gewiss dem Kult zugute käme. Sollen alle diese herrlichen Möglichkeiten in der Kirche brach liegen, einem verstanderten Vorurteil zuliebe? Viele dieser Aussagen können wir ohne weiteres annehmen. Doch sie führen uns geradewegs zum Kern der Frage. Ist das Priestertum, das hier umstritten und angestrebt wird, eigentlich überhaupt das konkrete, dogmatisch bestimmte Weihepriestertum der katholischen Kirche und nicht vielmehr eine abstrakte, allgemeine Vorstellung, ein Wunschbild, das weit mehr der Praxis nicht-katholischer christlicher Bekenntnisse entspricht? Das katholische Priestertum ist eine Erscheinung für sich, ableitbar nur aus dem Glauben, aus der Lehre, aus der Geschichte, aus dem wachsenden Selbstverständnis der Kirche. Nicht bloß aus den religiösen Bedürfnissen der Gemeinde, schon gar nicht aus Prinzipien und Theorien über Männer- und Frauenrechte, auch nicht aus der Notwendigkeit bestimmter Funktionen, die nach beliebigen Trägern zugeteilt werden können. Das Ur- und Leitbild des katholischen Priesters ist allein die lebendige Person Jesu Christi, und zwar in seinem Verhältnis zur Kirche. Im Geheimnis seiner vollen und unauflöslichen Lebenseinheit mit ihr. Die alte Lehre, dass Jesus Christus wie der einzige Mittler, so auch der einzige Priester des neuen Bundes ist, umschreibt nur in anderen Worten diese eigentümliche, durch kein Gleichnis voll auszudrückende Zweifaltigkeit. Haupt und Leib ist eins der Bilder, mit denen wir uns behelfen, ehe das andere, zwei in einem Fleische. Doch auch dieses ist unzulänglich, weil die Partner ja verschiedenen Ursprungs sind. Die Kirche aber geht ganz und gar aus Christus hervor und existierte nicht ohne ihn. Darum trifft das von den Vätern unseres Glaubens geliebte Bild von der paradiesischen Ehe den Sachverhalt immer noch am besten. Wie Eva aus Adam, zugleich seine Frucht und seine Gefährtin, so entspringt die Kirche aus der Herzbunde des Gekreuzigten. Unzählige Male hat die frühe Kunst dieses Motiv gebildet. Diese Zweifaltigkeit von Haupt und Gliedern bedingt das allgemeine Priestertum. Die Kirche als das Fleisch Christi, seine erweiterte Person, hat Teil an seiner Würde und Vollmacht. Das königliche Volk von Priestern ist diese sichtbare Fülle und Ausfaltung Christi im Raum, in Raum und Geschichte. Die jeweils lebenden Getauften und Gefirmten sind und repräsentieren die Wirklichkeit Kirche, jeder in seinem persönlichen Leben, gemeinsam im Gottesdienst als Gemeinde. Das allgemeine Priestertum kommt jedem Glied der Kirche zu, ob Mann oder Weib. Niemals galt die Weiblichkeit als Hindernis für die Eingliederung in Christus als neues Geschöpf. Gleichberechtigt, wenn dieses zweifelhafte Wort schon gebraucht werden soll, nimmt die Frau an allen Sakramenten teil, außer an dem einen, das gleichsam der Reproduktion der Person Christi gilt und seiner pneumatischen Zeugungskraft in der Kirche. Denn auch das Haupt, das Unsichtbare, hat seine sichtbare Repräsentation auf Erden bis zu seiner Wiederkunft. Er, der der Kirche einwohnt, inniger als die Seele dem Leibe, steht ihr zugleich gegenüber, machtvoll an ihr handelnd, betend, opfernd, vergebend, lehrend, leitend, neues Leben zeugend. Dies geschieht durch den Weihepriester fortwährend am geheiligten und zu heiligenden Gottesvolk. Der Priester vertritt nicht nur die Kirche als ihr Teil, er steht ja auch gegenüber, ihr zuteilen, was sie ohne ihn nicht haben könnte. Man nennt den Priester häufig Stellvertreter Gottes. Das ist zumindest undeutlich. Stellvertreter Gottes sind auch der Vater, die Mutter, der König. Der Priester vertritt ausdrücklich Christus, das heißt Gott als den Mensch gewordenen und den Mensch gewordenen als den hohen Priester. Er betet und bringt darin der Person aller, doch er konsekriert in der Person Christi, sagt Thomas. Der Priester handelt nur deshalb anstelle des Volkes, weil er die Person Christi vertritt, insofern dieser das Haupt der Glieder ist und sich selbst für sie opfert. Er ist mit einem unauslöschlichen Zeichen gezeichnet, das ihn gleichsam zu einem lebendigen Abbild Christi macht, so die Enzyklika Mediator D. Dieser Charakter wird ihm durch die Weihe eingesiegelt, die von oben kommt, das heißt ihm nicht von unten durch die Legierung der Gemeinde zugeteilt, sondern indem der vom Ursprung der Kirche durch die Jahrhunderte herabquellende Stromlauf der apostolischen Nachfolge ihn aufnimmt, der von Bischof zu Bischof fließt und sich durch jeden Bischof durch die Handauflegung in die Priester aufzweigt. Der Priester ist so das Wirkorgan des hohen Priesters Christus, des Hirten, Propheten, Königs und Stammvaters der Kirche. Von daher, nur von daher erklärt sich die erstaunliche, uns heute so anstößig gewordene Selbstverständlichkeit, mit der bis vor kurzem die Priester schafft schlechthin als die Kirche bezeichnet und begriffen wurde, von ihr selbst, aber ebenso von den Gläubigen. Was sagt die Kirche dazu? Die Kirche verbietet, die Kirche befiehlt. Hier wurde aus der Symbiose Christus-Kirche eben nur der eine Pol, aus der ganzen Gestalt nur das Haupt beachtet und betont, indes der Leib in den Schatten trat. In einer naiven, unbekümmerten und massiven Identifizierung des Priesters mit dem Haupt, das er doch nur vertreten soll, wurzeln auch letztlich die bekannten und betrüblichen Übergriffe und Übersteigerungen klerikaler Machtansprüche, deren Geschichte voll ist. Vom überlebensgroßen Gewaltregiment eines Bonifaz des Achten bis zur kleinlich-bürokratischen Tyrannei in den untersten Klerusrängen. Heute, scheint es, leben viele unserer Priester derart im Schock und Schatten eines kollektiven schlechten Gewissens über solche Missgriffe und Entartungen ihrer Vorgänger, dass sie bereit sind, aus leidenschaftlichem Wiedergutmachungstrieb sich ins Gegenteilige extrem zu stürzen. Vor lauter Aufwertung des Laien und seines allgemeinen Priestertums wagen sie kaum mehr, ihre doch unveräußerliche, unverläugbare Würde wahrzunehmen, geschweige denn auszusagen. Viele möchten sie am liebsten wie einen zu schwer gewordenen Mantel abstreifen und willig den Laien anbieten. So schwingt das Pendel wieder einmal ins andere Extrem hinaus. Andererseits stammte und stammt aus dem tiefen, lebendigen Glauben und Wissen um die priesterliche Stellvertretung Christi auch die eigentümliche, willige, liebevolle Ehrfurcht und Erbürtigkeit des katholischen Volkes vor seinen Priestern. Eine Achtung und Liebe, die sehr wohl zwischen Amt und Person zu unterscheiden wusste. Sie verschwindet heute genau in dem Maß, als viele den Unterschied von Weihe und allgemeinem Priestertum verwischen und in der Ganzheit Christus und Kirche nur mehr den Faktor Volk, Laos, Laie sehen und ernst nehmen wollen. Wem das Wort Ehe hier nicht nur rhetorische Floskel ist, muss es als Bund zwischen Ungleichartigen, nicht zwischen zwei Gleichen verstehen. Aus der Verschiedenheit entsteht ihre Bezogenheit, aus der Bezogenheit ihrer Verschiedenheit ihr Lebensaustausch, das heißt Fruchtbarkeit. Hier ein abstraktes Prinzip nivellierender Gleichheit, um jeden Preis durchsetzen zu wollen, bedeutet Sinnzerstörung. Aus dem Wesen der Kirche ergibt sich also das sichtbare Gegenüber von Priester und Laien. Das sakramentale Priestertum setzt notwendig ein Gegenüber voraus, einen Partner, ohne den sein Vorhandensein sinnlos wäre. Erst dadurch kann der Vorgang der pneumatischen Lebensvermittlung sichtbar in Erscheinung treten, so der gewiss keiner reaktionären, enge und Ängstlichkeit verdächtige Berliner Theologe Johannes Pinsk. Im Verhältnis des Bischofs zur Diözese sieht er, nach uralter Überlieferung, die lebendige Darstellung der Hochzeit Christi mit der Kirche. Der Bischof soll die heilige Kirche als Gottesbraut unversehrt bewahren. Des zum Zeichen wird ihm bei seiner Weihe der Ring angesteckt. Stirbt der Bischof, so heißt seine Kirche nicht verwaist, sondern verwitwet, Ecclesia Viduata. Wie sollen nun eigentlich Frauen diesen Sachverhalt verkörpern? Priesterinnen im Heidentum sind durchaus sinnvoll, weil sie ja stets Göttinnen vertreten. Hier aber wird keine Göttin und auch keine vage Gottheit dargestellt, sondern der in einem Menschen, dem Mann Jesus Christus inkarnierte Gott, der als solcher weiterlebende, immer da gegenwärtige handelnde Herr. Und wer wagte im Ernst zu behaupten, es sei bloßer belangloser Zufall gewesen, dass Gott sich als Mann und nicht als Weib inkarnierte. Ebenso läppisch ist die begleitende These, der Herr habe sich bei der Wahl seiner Apostel eben mit Männern begnügen müssen, weil die damaligen jüdischen Frauen noch zu unentwickelt waren. Wie anders hätte er bereits uns hochstehende, gar akademisch gebildete Frauen zur Verfügung gehabt. Paradoxerweise behaupten die Verfechterinnen dieser These gleichzeitig, die Frauen um Paulus und in der Urkirche überhaupt, die sie im gleichen Atemzug als orientalische Haremsweiber bezeichnen, hätten bereits als Diakonissen quasi-priesterliche Funktionen besessen, aus denen man sie später zugunsten eines reinen Männerregimentes herausdrängte. Wiedereinsetzung der Frauen ins Weihe-Diakonat und Fortführung desselben bis ins Priestertum wäre also nur geschuldete Wiedergutmachung einstigen Unrechts. Tatsächlich kann man im Kirchenlexikon nachlesen, dass jene Diakonissenweihe niemals der priesterlichen gleichgesetzt wurde, so wie ja auch heute Jungfrauen- und Äbtissinnenweihe anderer und eigener Art sind. Man mag bedauern, dass die frühchristlichen kirchlichen Stände der Jungfrauen und Witwen noch in der Karfreitagsliturgie erwähnt, schon im Ausklang der Spätantike abgekommen sind. Übrigens viel zu früh, als dass man die vielberufene Frauendeklassierung durch Aristoteles via Thomas und die Scholastik dafür verantwortlich machen könnte. Aber der fast gleichzeitig mit jenem Versiegen auftretende Asketenstand, die neue Elite im Ansehen beim Volk zeitweise den Klerus noch hoch überragend, stand von Anfang an und immer den Frauen offen. Die altchristliche Jungfrauenweihe gibt ein herrliches Zeugnis dafür. Man kann sogar annehmen, dass diese neue Möglichkeit allmählich oder rasch die Postulantinnen jener Frühformen weiblicher Berufungen angezogen und aufgesogen hat. Niemand kann sachlich behaupten, dass damit jene weibliche Diakonie in der Kirche erloschen sei, ob schon jener erste Ansatz nicht weitergeführt wurde. Er hat sich vielmehr in zahlreiche Formen zerspalten und ist auf andere Träger übergegangen, vor allem auf die weiblichen Orden und späteren Kongregationen. Bedeutung und Umfang dieses Dienstes gottgeweihter Jungfrauen in der Kirche kann überhaupt nicht überschätzt werden. Sämtliche Werke der leiblichen und geistlichen Barmherzigkeit, Unterricht, viele Weisen der Seelsorgshilfe und Mission, auch Pflege des Gottesdienstraumes, der Paramente, der Kultgewänder, Herstellung der Hostien wurden und werden unablässig geleistet, in erhöhtem Maß natürlich in Diaspora- und Missionsgebieten. In Verfolgungs- und Notzeiten durften und dürfen Frauen häufig sogar das Allerheiligste aufbewahren und überbringen. Es ist durchaus denkbar und wünschenswert, dass Dienste solcher Art noch erweitert und entwickelt werden. Die neuen Säkularinstitute öffnen große, noch unausgestöpfte Perspektiven. Heute gibt es auch außerhalb des Gelübdisstandes eine Menge kirchlicher Hauptberufe, wie Katechetin, Religionslehrerin, Seelsorgshelferin, Missionsärztin. Es hat überhaupt noch niemals so zahlreiche anerkannte Formen weiblichen Apostolates gegeben. Dies alles ist praktisch schon weitgehend das Diakonat, wie es heute für Männer, selbst für verheiratete Laien, so nachdrücklich angestrebt wird. Warum sollen dann Männer dazu geweiht werden, Frauen aber nicht? Sind wir etwa der Weihe unwürdig? Ist die Frau zu unmündig, zu minderwertig dazu? Ist schon beleidigt gefragt worden. Aber muss denn alles auf die Ebene von Prestige und Kränkung gezogen werden? Mir scheint, dass gerade diese Gegenüberstellung der Geschlechter im tatsächlich geübten Diakonat ein schönes Beispiel für die Unterscheidung ergibt. Die Frau vertritt die Kirche als Leib, wenn sie diakonisch handelt. Sie wirkt dann aus der Kraft des allgemeinen Priestertums, aus der Weihe durch Taufe und Firmung. Es bedarf hier keiner anderen. Der Mann jedoch, der nicht nur diese Tätigkeiten an sich verrichten möchte, sondern dies als Hand, als Organ des Bischofs, wie das Diakonat, das Weihe-Diakonat, heute theologisch geschildert wird, der also im Bereich dieser Dienste den Bischof vertritt, soll dazu wirklich in das Kraftnetz der Stellvertretung des Hauptes Christi hineingehoben werden, eben durch die Weihe. Mit der Griffenheit las ich einmal, dass in einer kleinen Diaspora-Gemeinde die Leute der jungen Arbeiterin, die unbestellt die beschriebenen Dienste zu leisten pflegte, den liebevollen Spitznamen Frau Kirche gaben. Eine durchaus richtige Intuition. Nie wäre ihnen eingefallen, ihren Pfarrer, nicht einmal ihren Bischof Herr Kirche zu nennen. Darüber hinaus ist, von der männlichen Theologie her, immer und überall die Frau als Symbol der Kirche anerkannt worden. In jeder Mutter, jeder getreuen und fruchtbaren Ehefrau, in der Braut, in der Jungfrau. Auch dies ist echte Repräsentation durch das Sein als Erscheinung, nicht nur durch bestimmte Funktionen. Angesichts dieses unermesslich reichen und längst noch nicht ausgeschöpften Angebotes an weiblichen Wirkungsweisen in der Kirche, bleibt es unerfindlich, warum einige Frauen, die sich für besonders religiös begabt und begeistert halten, dieses Riesenfeld insgesamt verschmähen, um sich auf die spezifische männliche Form des Amtes zu kaprizieren und aus dem Verzicht daraus eine Tragödie zu machen. Ich habe noch nie bemerkt oder gehört, dass Männer etwa ihren Ausschluss aus der Mutterschaft verwandten Erlebnissen und Leistungen als Beleidigung und Entrechtigung behandeln und eine Verschwörung der Weiber dahinter wittern. Nur ein sehr tiefer Minderwertigkeitskomplex macht aus allem ein Vorrangsproblem, kann solche Überkompensierungstendenzen entwickeln und so unversöhnlich und unersättlich auf unerfüllbaren Ansprüchen beharren. Solche Haltung erinnert peinlich an das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Dabei haben wir noch mit keinem Wort die sekundären, doch nicht mindergewichtigen Einwände gegen weibliches Priestertum gestreift. Denn nicht nur Gründe theologischer und dogmatischer Art, sondern solche aus der menschlichen Natur lassen den Mann auch für die Praxis dieses Amtes geeigneter erscheinen. Selbst die Verfechterinnen der Priesterin können kaum fordern, dass nur Mannweiber oder Neutren hier zugelassen werden. Die weibliche Frau würde gerade ihren besonderen und wertvollen Begabungen, die sie anderswo segensreich und unentbehrlich entfalten kann, hier eher als Handicap, denn als Förderung erfahren und ihre typischen Schwächen als haushohe in der Hindernisse. Die männliche Kraft der Abstraktion, mag sie auch häufig als kühle und sogar Armut erscheinen, ergibt unstreitig eine bessere, unentbehrliche Ausrüstung zur Seelsorge. Der Priester soll allen alles sein, und das nicht als Privatperson, sondern anstelle Christi. Er steht wie kein anderer Beruf im ständigen Ansturm der Begegnungen und soll sich ihnen stellen. Er muss von der eigenen Privatsphäre wie von der Fremden absehen können. Er muss eine unabdingbare Distanz und Zurückhaltung üben, eine Unpersönlichkeit bis zur Anonymität, die auch die Anonymität zum Beispiel des Penitenten respektiert. Diese Selbstverhüllung mit echter Güte und Teilnahme zu verbinden, ist ja gerade die hohe Kunst priesterlicher Zuwendung. Die Frau mit ihrem Drang, alles persönlich zu nehmen, auf sich zu beziehen, den anderen in ihr Gefühlsleben hereinzuholen, ihn für sich zu interessieren, ins Detail und ins Intime zu gehen, ihn durch Affekte zu beeinflussen, ihn festzuhalten, sie wäre hier schwer überfordert. Auch ihre weitaus größere Ausgeliefertheit an ihre körperliche und psychische Natur mit ihren Rhythmen und Schwankungen, die sie in jeder Hinsicht leichter und tiefer verwundbar macht, die starke Abhängigkeit dem Denken und Urteil von privaten Bindungen, die zentrale Rolle und Macht des Erotischen aller Grade und Stufen in ihrem Leben, ihr Drang, sich zu zeigen, sich mitzuteilen, wären hier zumindest fehl am Platze. Allein schon die unbewusste und ungewollte Ausstrahlung der Weiblichkeit ist ein Phänomen, das sich dem Willen und der Kontrolle der Trägerin ebenso entzieht, wie die männlichen Reaktionen, die sie auslöst. Die enorme Kollektivdisziplin der Klöster und der tabu geladene Schutz ihrer Tracht fielen hier ja weg, ebenso wie die Tarnkappe der Säkularinstitute. Der Priester ist immer exponiert und immer öffentliche Figur. Die Priesterin wäre es erst recht. Jeder weiß um die Probleme, die sich aus dem Gegenüber von Priester und Frauen ergeben. Die Konstellation Priesterinnen, Männer, würde die Variationsbreite möglicher Konflikte vervielfältigen. Wer nur etwas Erfahrung, nüchterne Menschenkenntnis, Fantasie und nicht zu vergessen Humor besitzt, könnte ohne den Punkt auf jedes I zu setzen wohl abschätzen, wie viel peinliche, groteske, heikle, komische und vollends unerträgliche Situationen sich zwangsläufig ergeben müssten. Auch diese Gesichtspunkte hier nur angedeutet, wären in einer redlichen Durcharbeit dieser Frage zu berücksichtigen. Auch abgesehen von der theologischen Basis sehe ich keinen einzigen sachlichen Grund, um der Geltungssucht eine Handvoll Frauenwillen, die Glaubenserfahrung und die Vernunft von Jahrtausenden zu missachten. Unser Auftrag, unsere Chancen als Frauen im Gottesvolk und für das Gottesreich sind so reich, so vielfältig, so notwendig und unentbehrlich, dass wir es wirklich nicht nötig haben, die einzige verschlossene Tür zu bestürmen. Soweit Ida Friederike Görres über die Weihe von Frauen zu Priesterinnen. Ich möchte das so stehen lassen und auf die Argumente nicht im Einzelnen eingehen, aber vielleicht nur einen Blick aus dem Jahre 2024 zurück auf Frau Görres. Die Argumente, die vermeintlichen Argumente, die immer wieder erklingen und die sie zu widerlegen versucht, sind im Grunde dieselben Argumente auch heute noch. Wir merken, das, was schon bei der Würzburger Synode an Argumentarien zurechtgelegt wurde für eine Frauenordination, das sind dieselben Argumente, die auch heute kommen. Es hat sich nichts geändert und dementsprechend können wir auch apologetisch nur, so wie damals eigentlich, auch heute darauf verweisen. Natürlich immer noch mal mit neuen Gesichtspunkten und mit weiteren Nuancen, mit Ergänzungen, die sich natürlich aus unserer heutigen Zeit noch ergeben zusätzlich. Aber doch merken wir, im Grunde hat sich nichts geändert. Und im Grunde ist das, was beim Synodalen Weg an Argumentarien kam, dasselbe. Das sind jahrzehntelange Bestrebungen, die damals noch nicht umgesetzt werden konnten und die jetzt endlich umgesetzt werden sollen. Und es wäre ein witziges Rätsel, das mal herzunehmen, jemandem vorzulesen und dann die Person raten zu lassen, von wem, aus welchem Jahr das wohl kommt. Das würde, glaube ich, für so einige Überraschungen sorgen. In diesem Sinne Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut. Untertitelung des ZDF,